Kim bei Koch. Folge 35, Schulklasse in Fabrikle. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kim bei Koch. Heute durften wir die Klasse 9D mit ihrem Klassenlehrer Herr Hack vom Schulverbund Obstadt-Waller hier in Fabrikle begrüßen. Wir hoffen, dass die Schüler einen interessanten Einblick ins Berufsleben erhalten haben. Die Koch-NBH-Ansicht ist benannt nach dem Grunde, ja, und welches ist der Koch eigentlich, der eine oder andere wird schon sehen. So sieht er aus. Ja, die Messe wird hier noch bearbeitet. Was wir da alles so machen und die Frau Nier, unsere technische Zeichnerin, die kann euch da ein bisschen was zu erzählen und zeigen. Und das sind unsere aktuellen Azubis, also auch die Kim, die euch jetzt gerade filmt. Dann die Lena, der Jonathan, die Anna und der Marc. Und der Marc ist jetzt fertig. Und die Lena und der Jonathan sind im ersten Lehrjahr.